Oh, fuck. Sorry! Das erste Mal verdrückt heute. Er ist noch ein bisschen mehr abgezogen. Das ist noch nicht gut. Ein weiterer Verklung. Das war jetzt schon mal. Das ist noch ein bisschen wenigerartig. Das ist noch ein bisschen mehr abbiegen. Wirken auf die Dramatik in der ganzen K Schrauben und dann noch ein paar Menschen drücken. Und jetzt noch ein Aufenthalt. Die Dramatik in der Dramatik in der Dramatik in das Lebensraum. Das ist noch ein bisschen zu, was wir machen. Vielen Dank. Das war's für heute. Wenn du das nötige Geld zusammen hast, melde dich bei deinem Onkel. Oh je, das ist jetzt meine Aufgabe, Geld sammeln. Und dabei irgendwie überleben und Leute bezahlen und die Ware haben. Cool. Wie im richtigen Leben, ja. Schrecklich. Komm, spiel mir das. Den Hunden geht's gut. Ist nur manchmal zu warm für die. Aber ist ja normal bei dem Wetter. Armes Deutsche. Ja. Okay. So. So. Hallo, André. Das ist ja unbedingt Spiel, Lisa. Ja, ich will sie auch mal halt. Weiterbekommen, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt heißt es ja dann, ja, lohnt sich nicht mehr weiterzumachen, außer da kommen dann neue Inhalte, weil jetzt war ich ja mal da war schon neu. Jetzt ist mein Ziel, das Geld zurückzulösen. Macht ihr überhaupt noch was? Irgendwie. Ach, liegt das daran, weil ich die schon Geld gegeben hatte? Na ja, ernst? Gebt euch Geld und dann faulenzt ihr? Puh. Puh. Schweine hier. Ich bezahle die vorher und die arbeiten dann nicht mehr. Wecksäue. So nett bin ich und so danken die das mir. Alles klar, Nino, dein Schlaf gut und dann, dass du da warst. Erholt ich gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ich kann Teddybären kaufen. Oh, ich kann Teddybären. Oh, ich glaube, ich kaufe gerade ein bisschen zu viel. Ich muss nicht wieder ein bisschen zurückrudern. Ich bin jetzt gerade sehr arm. Nein, ich wollte nicht zumachen. Oh, scheiße, bleib hier. Fuck. Du hast was für sie zugemacht. Falscher Hebel. Ich muss sowieso gleich alles allein machen. Ach, das kommt da schon. Da kommt ja schon das nächste. Ach, das ist so. Ähm, leg mal eine Pause kurz ein. Oh, der macht jetzt auch Pause. Oh, ich bezahle die. Ist das schon erledigt. Du hast eigentlich mehr Sklaven. Ja. Merk's schon. Ich bin. 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 Awesome. Die Kasse ist ja hier voll. Die steht da nur oben im Weg. Auf 1000, dann kommt der Tankrabatt. Ja, tatsächlich. Ja, wie schön. Ja, ich weiß aber, sie steht jetzt gerade im Weg. Okay, das ist halt ein bisschen... ...lästig. Oh, ich mach saupause hier, ich geh jetzt schlafen. Ich könnte alle gehen. Alter, was soll, haben die hier schon wieder gemacht? So, Regale, Regale. Okay. 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 Also hundertprozentig gerade wären die eh nicht. Nein! Ich kann dich spielen! Oh, Alkohol muss ich auch mal wieder umgehen. Oh, Kix. 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 Ich muss erstmal die wichtigen Sachen hier machen, dann kann ich gleich wieder aufmachen. Wenn ich das nicht gerade hinstellen kann. Oh, das triggert mich sehr. Das ist einfach kaputtgebackt. Das ist okay. Okay. Ah, natürlich. Aber das wäre so lustig. Ich weiß, wenn ich das nicht, wenn ich das wegfegen könnte. Aber Hauptsache, ich kann das wegfegen, ne? Ja. Ich weiß, ich weiß, dass ich das wegfegen kann. Ich weiß, wie ich das wegfegen kann. Natürlich. Lass mich raten, ich muss das jetzt alles einzeln hier. Oh mein Gott. Der Sandsturm hat ja richtig jetzt gekickt hier. Es ist schön, dass sie jetzt hier so hängen, oder? Passtet ja nicht auch noch Benzin? Wie? Alter, wie fährt denn die Scheiße? Hm. Okay. Jetzt alles einzeln zu machen. Aber besser als jetzt so ein Betrieb, weil... Dann wären jetzt die ganzen Autos da drunter. Äh, drüber, nicht drunter. Das wäre noch viel lästiger. Ähm... Ein Betrieb Chaos. Ja, das kann ich jetzt nicht kriegen. Ich bin jetzt nicht mehr so viel zu machen. Da hat man einen Blick auf. Aber wenn man einen gonna schickert, dann würde ich auch nicht mehr so viel. Die Luftwechkern werden die Luftwechkern. Die Luftwechkern werden die Luftwechkern. Und der Luftwechkern ist nicht mehr so viel. Und ich bin jetzt wieder schickert. Und ich bin jetzt nicht mehr so... Aber ich bin jetzt nicht mehr so... Und wisst ihr, wie ich jetzt das spare? Ja! Kein Benzin dafür! Nein, nein, nein! Nee, 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 nee! So läuft das hier nicht! Spielzeug? Habe ich alt gekauft? Ja. Billig Fusel. Dann würde ich sagen, machen wir wieder auf. Ich muss nämlich jetzt die 5000 zusammenkriegen. Okay. Okay. Und dann? Oh, natürlich, klicken wir wieder hier. Oh, nochmal, ja, geil. Damit es nicht ganz so ranzig wieder hier aussieht. Das geht so schnell ab, ne? Das geht so schnell ab, ne? Ich wollte den Druck wieder unten sauber machen. Das geht so schnell ab, ne? Das geht so schnell ab, ne? Das geht so schnell ab, ne?